Hallo, hier ist euer Let's Play Function mal wieder und ja, weiter geht's mit Sniperly TV 2. Und jetzt werde ich auch Dinge einstellen, die Untertitel von Feind ausschalten, Hotariots auch ausschalten, die Bullet Cam natürlich anlassen, weil die mich irgendwie vollbaut. So, jetzt gehen wir mal weiter. So, jetzt schaffe ich einen guten Kopfschuss. Au! Mitten in die Nase. Ich versuche immer, wenn es laut wird, zu schießen. Au! Oh! Komm! Komm! Ja! Sonst läuft da nichts mehr rum. Dann können wir ja weiter. Nachladen. Und weiter. Ja, die haben alle ein paar schöne Kopfschüsse von mir bekommen. Das lag ganz leicht, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Das stärkt mich eher weniger. Wir wollen das. Wir wollen das. Das ist jetzt geil. Okay. Cool. Ah. Enough, ne? Okay. Die nerven mich aber echt. So. Äh. Aber das ist ein Fan, das wir können. Schießen. So echt. An Waffenwechsel machen. Oh. Okay. Hm. I think he shot with something in the end I think. Okay. Oh, that was close. Yeah. Who shot there? There. Hello? Why didn't I hit you? Where did they shoot? I don't know. What? I don't know. I don't know. I think he's a good one. But he's like... He's like... Keine Ahnung wo. Aha. Warte, noch einer. Jetzt aber. Den habe ich gut gekauft. Äh, ja, ok. Das war jetzt, glaube ich, ein Bug. Könnte wie gut möglich sein. Was ist denn da, ey? Nach vorne. Na ja, komm raus. Geht doch. Boah. Geht doch. Geht doch. Ok. So, ich habe, oh. Meine Güter. Geht doch. Geht doch. Weg ist doch. Na eigentlich, jetzt habe ich den Platz eigentlich mal gesichert. Weil sonst nerven sie mich ja noch weiter zu sehen. Typ hier. Kann man keine einzige Minute Ruhe vor dem haben. Keine einzige Minute kann ich vor dem Ruhe haben, also echt. Oh, Leute. Schwierig ist geil, aber ziemlich viele nervige Typen, die dann auch manchmal komisch, also nicht verpackt würde ich sagen, aber ziemlich komisch sind. Oh, Filmsequenz. Will ich mal ruhig. So. Bam. Ich bin mal mit meinem Kopf weg. Boah. Ziemlich zerfetzt. Ok. Und die letzte Person dort unten. Ah, hat er schon getötet. Jetzt muss ich die Person geschützen. Ok, der Kill war scheiße. Ah, da. Es geht doch. So. Ok. Da sind noch ein paar. Oder? Oder auch nicht? Hä? Nee, doch nicht. Ah, doch. Bist du? Bist du? Hoho. Der war gut. Der war nice. Aha. Ich hab den schon mal weggemacht. Wäre ja nervig gewesen. Jetzt mal gucken. Oh Mann. Ich könnte gerade Kreise töten. Oh, Picker. Gibt es keine Möglichkeit mal wieder 2 zu treffen. Geht doch. Nicht unbedingt direkt 2 getroffen. Aber wenigstens welche. So, jetzt wechsle ich mal schnell den Schießplatz. Schussplatz. Habe ich mehr Übersicht. Geht. Okay, das geht leider nicht. Ah, ist schon gut. Gut. So. So. Ja. Sind hier irgendwelche unten? Ich seh keiner. Ah doch. Kopfschuss. Und den anderen auch noch. Oh. Das war jetzt hart. Der war jetzt mies der Schüsse. Der war jetzt richtig, richtig mies. Von mir. So, jetzt hier der Positionswechsel. Sonst sehe ich ja so schlecht. Wow. Hm. Das war unnötig. Aber okay. Was sind die? Eine hätte mal. Oh. Leichte Legs. Leichte Legs. Leichte Legs. Leichter Frame Abo. Okay. Der Schuss war nicht so toll. Der war auch nicht so toll. Das sind doch keine mehr. Und. Kopfschuss. Jo. Er kommt jetzt da rein. Ich glaube jetzt passiert da drin nichts mehr. Falls doch hab ich ja noch meine Tromsen. Und wieder Filmsequenz. Du bist verletzt. Lass mal sehen. Die Oben kommen. Halte sie auf. Ich komm zu Recht. Aber. Halte sie auf. Wenn nicht. Sind wir beide tot. Die Oben kommen. Ja. Meine Position. Einnehmen. Mal kurz. Alles nachladen. Okay. Das kann man nicht nachladen. Das muss in der Gant. Ist schon. Fast schon. Heute hat jemand mit mir gesagt. Das ist anscheinend. Es muss in der Gant aus Ding kommen. Was war das? Was. Italien. Da war das. Frankreich. Welches Land war das? Das weiß ich jetzt halt nicht mehr. Einfach so. Hör aus. Sorry Leute. So. Aufbleiben. 3 für 1. Nice. Aber dafür kann ich richtig scheiße schiessen. Ha. Habt ihr sein Gesichtsausglück gesehen? Oh. Dann schießt doch noch einer. Dann schießt doch noch einer. Dann schießt ihn doch. So. Ja. So. Noch einer. Flox. Nachladen. Zwei für eins. Aber leider keine schwäne Bulletscam. Irgendwo schießt noch einer. Okay, dann hätte ich jetzt eigentlich logischer was in drei Füßen. Hallo? Geht doch. Na eigentlich, jetzt ist erstmal Ruhe eingekehrt, die dort oben. Die Zeitwürsch-Württung. Wolf hat einen Plan. V-2-arkéden. Tabun? Tabun? Wo ist das? Es ist kein Ort. Kein Ort. Was ist das? Es ist Tabun. Oh, so dann kannte Englisch. Ich fragte mich, worin wir uns noch geehrt hatten oder was wir nicht wussten. Wie Tabun? Was zum Teufel war das? Und worin bestand Wolfs Plan? Hm, weiter geht's. Gucken wir mal. Was auch immer Wolf plante, ich musste mich später darum kümmern. Ich hatte neue Infos über Müller. Er war versetzt worden. So. Okay, schönes Gebiet muss man sagen. Alles kaputt, alles brennt aber auch. Ist ja egal. Wen würde das auch interessieren? Aber jetzt kann ich ihn 2-Kill. Ah, doch nicht. Ich hoffe, es haben sie nicht gehört. Warte. Warte. Ich habe ihn auch ausgeschaltet. Ah. Ich hab noch gewusst, dass mein Panzer irgendwas gar nicht ist. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Ah, eigentlich hab ich gerade noch so Glück gehabt. Jetzt wissen sie, dass ich da bin, aber es ist doch egal. Würden sie es so oder so rausfinden, so schiesswütig wie ich bin. Oh, fuck. Ich hab's doch gesagt, Ego. Die Wollen kannst du schon drauf. Mann, ich seh nix. Na, fuck. Ich hätte lieber nicht so offen dastehen sollen, ey. Warum ich will den Level neu starten? Hat er ja leider noch keinen gescheiten Kontrollpunkt. Das heißt, erstmal den Sniper dort oben aufschalten. Der war bestimmt schmerzhaft. Jetzt konzentrier ich mich auf den Panzer so lange, wenn man sich bemerkt hat. Ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt.